A Munition, wo ist da? Keine Muni gesehen Da hat man 27 Schuss da, ah da ist was, da ist was, da ist was Das sind so die Knarren von den Gegner ist das Warte jetzt auf mich Die Dreckstau hat dein Messer Lass mal auf die Fässer So besser, wacker nicht Was? Oh oh Pass auf, der ist einer beim Truck, wo du auf seine Wicht Ja, ich hab den vor dem Truck Oh 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 Ich brauche ganz akute Munition Leute, gib mir die Luft auf den Weg Da ist Muni Wie ist Muni bei mir? Ja, komm ich Und Energie brauche ich dir auch ganz akute, ich bin schon fast rot Oh danke, das ist ausgesprochen nett Ich muss aber noch irgendwo, äh Ja nein, ist ja auch richtig, jeder braucht es mal Gibt's Granaten oder was? Nix, oder? Ich seh nix Ah, hab nix gesehen Oh, das ist in Ordnung, der Truck Sven, lass ein bisschen Zeit, nicht so schnell vorlaufen Urweit vorne Jetzt haben wir alle markiert Mg irgendwo Da ist ein Vetter dabei Da vorne ist ein Spreng, ah hier vorne ist der Vetter Oh 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 Dann sollte wir es erst erreichen Mein Gott, mein Gott, mein Gott Mein Gott, mein Gott Stopp, der Fette kommt Wir haben ihn verlaufen Hab den Fetten, hab den Fetten Ja, der ist weg Kann ich dir sagen, was für einen Minder bemittelten LKW-Fahrer wir da angeheuert haben? Gehst du down da hinten? Das gibt's sowieso nicht Ja, jetzt krieg ich einen Killer-Assist, eh klar Das ist gut, dass wir von beiden Seiten kommen, so sind die ein bisschen abgelenkt Von hinten, von hinten Leute, von hinten Oh, bin down Na, Kampf-Kill, Sven Bist du, topp, hopp dich Danke Aber da gibt's Jürgen Spreng in der Hütte da, oder bei der Hütte Wow, 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 wow Wow, wow, wow Explosion, ich bin auch down Ich hab überhaupt gar keine Munition mehr, fuck, fuck Oh, ich bin auch down Eieieiei Was? Verdammt Was war denn da ist grad? Er war bei E-Shake-Pointer Ja Der Nav dort, der Tüte fuhr ja auf mich zu und... Ben Bereit X Ich würd' sagen, äh, zwei rechte Seite, zwei linke Seite Also ich geh links Ja, ich geh rechts Wenn ich da übern Zahn drüber rutsen kann Jetzt bist du dran Ich komm direkt von hier unten, ey Oh, boah Oh, boah Scheiße, bin verdrückt Jetzt schon down? Oh, ich auch Boah Hm Pass auf, hinter dir ist einer, du bist auch down Gott Idee Scheibenkleister Ich bin hier Daniel, wo bist du eigentlich? Ich bin da oben auf einmal Warum warst du denn... Warum warst du denn mitten im Dorf? Da waren ca. 7 Leute waren Und die mich alle da schlagen wollten mit irgendeiner mit Durchstrahungen Ich... Ach so ein Schmarrn Also ich geh jetzt mal links, ok? Äh, rechts Ja, dann geh da links ein bisschen Also... Ein bisschen langsamer vielleicht Ja Ich glaube links ist einfach zu schnell vorgerusht Gerade Lass mal spotten Links, von links, links, links Hier oben Die spawnen ja alle hinter uns Finde ich herrlich Die greifen das ganze Dorf an Runden herum Kommen die deswegen Ja, da oben ist einer Na Ich glaube ich bin mit Fetten Der Fette kommt, der Fette kommt, der Fette kommt Der Fette kommt Keiner hat das draussen Ich weiß, hab ich kein Schrot Ach so, weil ich hab jetzt... Oh... Lade neu Aber beim Laufen kannst du mich nicht in den Dach laden Was? Ey, das kann doch nicht sein Was? Ohhhh Ah, ich bin auch down Verdammt Ey, der hat mir einen One-Hit gegeben mit dem Messer Hey, hörst du mich? Ich mein und? Pass auf, da ist der Fette irgendwo Keine Zeit schon raus Auf geht's Alles ist ja schon weg Bereit machen! Fette steht grad auf meine Leichen drauf So circa Kandlo, bist denn du unterwegs? Da ist er dick genug Du ein böslicher Fettsack Hey, nein! Wow, 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 wow Ich danke Du musst das richten Boah, ich bin komplett blank Von links schießt er wieder auf mich, wohin der? Wer will denn was tun? Da oben, im Gebüsch Wo ist denn hier Munition? Ich hab Spreng-Munition beim... beim Vorhinschrehen Boah, ich bin schwirrt, da sind ein Haufen Gegner, ist ja unglaublich Geht bitte Von meiner Seite drei, vier Leute Ah, Kampfschreie nicht vergessen, Kampfschreie Mein Gott, mein Gott, mein Gott Wenn ihr tot seid Wenn ihr tot seid Ist die Position gescheitert? Wenn wir alle tot sind, ist es weg Dann kämpfen gegen... Oh... Wie bitte? Pass auf, Max Bei mir, da ist einer Geht gut Hinter dir, hinter dir, hinter dir Springt Outdown Immer ballert ihr auf mich? Warum? Was hab ich getan? Auf dem Auf dem Nicht wieder oben Bei mir ist ein Juggernaut Wie war's? Der... Geht irgendwie nicht da unten Ja, ich schaff's Hat jemand C4 dabei oder sowas? So, mein Messer, jawoll Meine Fresse, ja Der fette schießt die ganze Zeit auf dem Truck Unser Truck ist gleich hin Oh, der Truck ist vor sich Scheiße, ja Nehm ich dich genau jetzt Ah, verdammt Du doch was? Jo, das können wir gleich nochmal machen Fisch haltet Aaaaach Ärgerlich, Ziel nicht erreicht Na bravo Wind Äh, warte, ich nehme die MG mit Das nutzt nichts Ich nehme mal eine Dings mit jetzt Ah klar, ganz normal Jo, MG fertig Ich brauche ja echt Hilfe So Aber jetzt gescheit bitte Ich geh links Ja, geh rechts da Ja, die kommen ums Dorf herum, ne Leute Also, das ist ja nicht Soll ich vielleicht ins Dorf hineingehen und dann? Ja, ja, wenn wir ins Dorf reinrennen kommen die Ok, dann werden wir uns einfach wieder ein bisschen Deck gegangen, ja Da ist schon mal einer Pass auf, Max, bei dir da Oh, bei mir Oha Ich komme hinter euch Rechts Also, wo? Okay, ich bin schon wieder down Also, was für ein Grund da immer Oh Oh, oh, oh Boah, ich bin auch down Was war denn das jetzt? Da ist irgendwas explodiert Da wo ich liege, ist das an und für sich sicher Ach, Max Nein, da ist ein Gegner da Ui, ui Und ein Ticker, ein Ticker geht über mich herum Oh, danke, 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 danke Gegner links Erschieß ihn und dann holst du mich Wo bist du? Oh, da In Deckung Wie schaut denn eigentlich unser Truck aus? Der schaut gut aus Der Truck geht's gut Gegner voraus da Den Fetten mal erschießen hier, Leute Den Fetten Wo ist der Fette? Hier, bei mir Hier, bei mir Oh, gerade den Guter Uuuu Achtung Mädels Da kommen sie Ufa Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen Ich muss mich heilen So, wo ist denn da der Dicke, Fette Der steht am Truck, am Truck, am Truck, am Truck Ja, da kriegst meine volle Ladung MG rein Ja genau, Kampfschrei nicht vergessen Ist eine gute Idee Sag mir nicht, was ich tun soll So einen Fetten habe ich gleich Da gibt es eine volle Ladung MG Der ist weg Fette ist weg Hö, der Dicke ist weg Da kommt noch ein Zweiter, Jungs Da kommt noch ein Zweiter, Jungs Schock Da links hinein, welche Hosen der jetzt Der ist weg Wer blockiert mich denn hier? Ich brauche gerade auf mein Schießen Oh, bin Oh, mein Messer, verdammt Ach man Pass auf, pass auf, pass auf Max, schnell Einen habe ich, einen habe ich Scheiben, Geister Ihr müsst auf die Messer Heinis aufpassen Ja, die war auf einmal da aus dem Nichts Aus dem Nichts Aus dem Nichts Du bist zu überfahren gestorben, Max Also reik dich nicht auf Na, ich Wurde vom Sniper gekeilt Na, wüsst du nicht, weiß ich es gerade Ich habe gerade bei meinen Toten Hoverer gesehen Dass die einen von hinten angemessert hat Eieieiei Eieiei Eieiei Ansche C So, da nix wie rein und nochmal dasselbe, oder? Was ja relativ gut gelaufen ist Ja Annäherungsminen wären sicher auch eine schlechte Geschichte Die holen aber auch keinen PKM weg, das ist das ja Naja, das ist nett Die müssen allgemein erstmal vor das Tor Und von da müssen wir sie alle weg holen Ich glaube das ist die beste Taktik Was ist mit dir denn, Alter? Der läuft einfach vorbei, Victor, hast du es gesehen? Ja, hinter mir ist einer Oh verdammt, ich bin schon wieder fast hin Wow Ja, da kann ich nichts machen Da kommt der Juggernaut direkt vor meine Füße Der kommt von oben links Ich führe es schon, Fem Ich weiß nicht wie der ist Nicht in dem Juggernaut Wow, 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 wow Au, au Das Problem ist, dass sie wirklich von alle Seiten kommen Oh, oh Danke Mein Gott, kann ich dir den Jugger noch schießen? Oh Ja, der Dicke ist gleich weg Der Dicke ist gleich weg Ja Oh, der ist ein Gegner Habs gleich, gib mir Deckung Sven Hallo? Danke Ja Komme, komme, komme Hopte Na, ich will keine ohne Rewortform Kampfschreie, Kampfschreie nicht vergessen Messertypen, Messertypen Ab einen Wo ist der Nächste? Oh, ein Schrotflinten-Fritze Oh, ich bin down Nein, ich bin nicht down, ich bin nur K.O. Ich muss erstmal links aufpassen Heilige Scheiße Juggernaut, Juggernaut, Juggernaut Dicker Fritze Waaaah Ich brauche Energie, ich bin komplett Ich brauche Energie, ich bin komplett Ich repariere mal schnell den Truck ein bisschen. Was? Was soll denn das? Schnell wieder bei deinem, bitte. Ich probiere den E-R-U-R. Juggernaut braucht nur noch einen Schuss, einen Schuss mindestens. Messer kill, Messer kill, jawohl. Kandel, ich komme nicht bei dir ran, warte kurz. Oh, dein Kandel, warte mal, ich kann zum Kandel rüber. Checkpoint, ja. Boah, haben wir es geschafft, Gott sei Dank. Warte, Munition hast du da drüben gegeben, da vorne? Wo ist Munition? Hier ist Spreng bei mir. Wo ist mir? Da. Wo ist das bei dir? Ah, da ist es schon, ja. Gesundheit bräuchte ich eigentlich. Ah, Kampfschrei. Aber jetzt passt eh.